dass sie wirklich mit der ersten Gruppe vom Rad steigen, um eine Chance zu haben auf die vorderen Plätze. So, und der steigt aus. Olivier macht so Startnummer 44. Eben haben wir ihn noch als Führenden gehabt nach vier Runden. Und jetzt ist Schluss für ihn. Hat er einen Defekt, Jan? Oder ist da einfach die Luft raus?